okay dann kann ich hier bämm und bämm und ja noch kurz nach oben gehen und mitten in der explosion stehen was total witzig ist auch nicht nur ich hoffe ich sterbe jetzt nicht so wir haben die zwei kräne im blick und jetzt ja hier behindert was das denn ich war mit dem block nach unten und dann unten angekommen die ganzen teile fallen sogar runter man kann ich sogar noch begehen geil oh jetzt sind sie weg das haben die echt geil gemacht nirgendwo bin ich kann sie vergessen direkt mission starten mit die idioten mich verlieren ah geh weg ich will nicht sterben jedenfalls noch sie müssen mir bei einer delikaten sache helfen scorpio schokolade eine huhrer die ich nicht sonderlich schätze uhr eine huhrer ist mit einem meiner captains verheiratet sie verführt für ihn an die angehörige um an die pläne der regierung zu gelangen dummerweise hat general boom boom bochulano ihr spiel durchschaut und zuzug sie müssen sie abholen und in sicherheit bringen general boom boom bochulano wie das sowohl ich will es so vorstellen in der armee irgendwo keine ahnung sagen wir eine stützpunkt ja general boom boom boolano oder was auch immer behindert super name herrlich die nute was für ein preis hat sie wenn unter 100 euro dann nicht nehmen mehr als zwei euro wenn ich mich leisten können super name so so was das 900 8000 meter und 5 6 m da ich will mit egal 600 meter einfach mal überholen und wieder auf die straße und dann wieder mal überholen indem ich scheiße bauer ach nee ja blöd gelaufen ich dachte da wäre kein abgrund also nach dem glaubneben so jetzt aber noch mal ich habe nichts gemacht wo ist sie denn man die musik ist schon scheiße aus wegen euch die pinke limo die ist toll ekelhaft finde sie scheiße aus aber wieder weg keine bock auf euch die limo sieht ja immer mal richtig scheiße aus ja barri von wie die von vorne schon aussieht ist ja richtig barri ja noch ein looping und ob da auch eins schafft denn der geht fliegen oh scheiße oh ja die hat ein looping geschafft die kann es nix ich hoffe sie haben auch ihre knarre dabei ist der perverseste mann mit dem ich je ein date hatte ich habe zwei knarren eine in der hosen meine weißt du bescheid 100 meter ist immer richtig einfach ja klar sterben jung lebt er noch er lebt er noch der ist tot ja der mit direkt mit seinem raketen werfen bäden doch fahren die 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 und um weil das heißt das heißt das heißt wenn das 50 Meter hörner dann noch nicht mehr dann geht alle weg haben bock auf euch ich werde sie nie vergessen ja ja wie viele sind hier wie viele wollen hier noch kommen jeder weg die könnte ich nicht lassen ja alles in die lüftjagen so lang sie mich noch nicht getötet haben so mal gucken ob diese blöd sind da einfach reinlaufen ja scheiße zu weit weg geworfen agi weg haha jetzt könnt ihr mich nicht ausscheiß weg ich war angst vor ich bin kleiner hosen scheiß auch noch eine kiste viele sind hier noch noch eine hier sind echt viele von denen aber und da ist wieder eine ich wir sind hier noch wie lang kann das ding noch werden ich finde ihr müsst mal so ein upgrade für den tag machen dass man upgraden kann wie lange das noch werden kann also ihr weiter durch anziehen kann ist das ja noch mal geil und beim und ja abgeschlossen ich töte ja ne ich töte die nicht ich äh die planen nein nix töten nix töten nix töten so warte jetzt will ich den noch irgendwie kriegen so noch klauen zwei 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 ups eins scheiße zwei ich nehme keine anhalter mit na super das hat's doch voll gebracht ja bevor ich sterbe benne ich den part und ja tschüss